So, willkommen zurück zu Superspeed. Bis vor, wenn wir jetzt so ein Boosted Cars weiter machen, würde ich mal sagen, wir bauen uns auch zweitens Auto mal auf. Langsam, wir haben ja genug Kohle jetzt mit 12.800, also fast 13.000. Autosammlung. Damit wir da mal ein bisschen Erfahrung haben. So, den nehmen wir mal hoch. Okay. Vorhin von Rechrefe, dass das Spiel nicht. Werkstatt. Erstmal Leistung. Das ist gut, dass wir brauchen, wenn wir die gleiche Leistung auf die Wälder setzen, die in dem anderen Wagen drin sind. Ich brauche mir ja keine weiteren Leistungen mehr zu holen. Das ist gut, dass wir brauchen, den hier nur einmal zu kaufen. Ach, wir setzen jetzt mal einen neuen, äh, ich klatsche mal jetzt kurz einen neuen Motor rein. Den hier. Und den hier. Nein, 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 der Motor hat jetzt richtig Geld gekostet. Aber ich hoffe, dass es sich lohnt. So, Gewindefahrwerk. Dann haben wir noch die Standard-Dinger drin. Okay. Dann nehmen wir mal die hier. Und schon haben wir kein Geld mehr. So, Karosserie. Fröschenstangen. Habe ich da irgendwas drin? So, ich könnte die Haustellen nehmen. Standard-Dinger, da habe ich irgendwas drin. Okay, Karosserie-Teile müssen wir selber bauen. Okay, dann sammeln wir erst mal ein bisschen Kohle rein. Hot Import Nights. Ne, Quatsch. Hören wir noch gar nicht. Die Boosted Cards waren das. Ein Zeitfeind. Jetzt gibt es auch mehr Kohle und mehr... EP, scheinbar. Ha, hat sich das schon sauber angezeigt. Auch wenn die KNA Standard an sie auszieht, das machen wir noch mit dem Tuning. So, jetzt haben wir noch ein 2 für 19 Kontrollpunkte. Hi. Und tschüss. Hand. Und tschüss. Und tschüss. Lauf 19. Markt für den Tunner. Ja, Paus. Müll hat sich den Tunnel 2013 gegebenen. So, geschafft! Nächste Rennen. Oh, jetzt ist die Elimination Rennen. Wir sind raus. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Wird gar nicht letzter werden dürfen. Egal, nochmal neu. Ich dachte, das ist ein normales Runddruckrennen. Hab ich nicht gelesen. So, jetzt weiß ich es aber. So, der erste ist raus. Der nächste verabschiedet sich rund 10 Sekunden. Jetzt sind wir jetzt weiter. Ah, du Nervensäge. So. So, ich besteh jetzt immer bis zur Ball. Ja, das war's. Wieso die nächsten? Scheiße. Wurde auch nicht. Oh, das war's knapp. Ui. Was so neuer Mut auf einmal ausmacht. Nächste Rennen. So. 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 Freunde haben wir insgesamt hier auf diesem Kurs. Die erste Mal durch. Und mit drei. Und mit vier. Bedauhte sich auch schon mal modiert aus, aber ist egal. Weniger Teile, weniger Gewicht, mehr Geschwindigkeit. Letzte Runde. Letzte Runde. Kein Problem. Geschafft. Und weiter geht's. So, viele brauchen wir nämlich nicht mehr. Sehr gut. Die Crossroads. So, wir kriegen's hin. Es sind ja nur drei Rennen. So, nächste Rennen. Wieder einen Rückkurs retten. So, jetzt rein. So, jetzt drehen wir es wieder. Ihr dürft, jetzt irgendwo genommen. So, jetzt werden wir wieder recorn Eduardo-R tocar. So, jetzt war er POL Officer. Jetzt ist der Punkt. So, jetzt geht's mit. Das ist halt der Kurs, oder? Das sieht mir nach einer 8 aus, oder so. Ja, man ist auch nachgewiesen, aber jetzt egal. Geschafft! So, und vorletzeren. Drei Runden. Ehhhh, aber, wir fangen. So. Es wird wieder aufhören. Wir sind gerade auf dem Motto, da haben wir kein Fahrrad drin. Wir fahren hier ohne Fahrrad. Okay, ganz sanft. Geschafft. So, eine Runde noch. Rampage, das ist das letzte Rennen für heute, für diese Woche. 21.000 Punkte zum Erreichen. Und ja, für dich crashen, das kostet nämlich Zeit. Oh, nimm deine Mühle da weg. Oh, nimm deine Mühle da weg. Das haben wir ohne Probleme geschafft. Doch, wir holen den Multiplikator und da waren wir gefallen die Punkte. Yeah, nächster Event, wasserfrei herangeschaltet haben. Aber das hören wir uns am Montag an. Okay.